So, und hallo, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge für The Beast Project mit den anderen momentan ist mit mir LPA, Dingsbums, keine Ahnung, mir hat's Schwertname auf dem Server, aber mir sind jetzt das Hammer, auf dem TS oder an Skype Sondern jeder nimmt für sich selbst auf, als Match für gar nicht Redstone gesucht, hab's auch gefunden Und, äh, wollt euch das an So, jetzt versuch ich einfach mal Dias erfülle Och, ach, mach mal, ich hab nicht alles, ich bin tag, ich bin blöd Ja, ähm So, also was aktuelle Thema, wie ich ja in der letzten Folge schon angeschwetzt hab Ich hab's schon mal dran geredet Ich sah halt immer alles auf Bloodbatch Ich brauch nur das Schwert, so langsam Ich hab' keine Ahnung, was das ist, das ist Schwefel, oh, Schwefel Schwefel, Wasserstoff So, also, ähm, das Thema Hier sicherlich wahrscheinlich jetzt, ähm, sich demnächst wohl auch neue Konsole auf dem Markt kommen Und sich wahrscheinlich auch eine Glas hole Ich schätze mich jetzt über, äh, die Playstation 4 vs. Xbox One Rede Also, vom Design her Oh, gefällt mir die Xbox One jetzt nicht so besonders toll Da gefällt mir die Xbox 360 viel besser, die handchemische A Oh, noch mehr Redstone Ja, und, ähm Ich find's auch scheiße bei der Xbox One, äh, dass man dort, äh, scheiße, der Online-Zwang hat Nein, da kommt mir zu wenig Nee, nee Ja, find's richtig scheiße, dass man den Online-Zwang hat Was hätte es anders da lösen sollen? Ach, leck, 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 leck Muss ich jetzt noch tatsächlich aufbauen Nein Jo, ähm Der Kack-Online-Zwang Find ich der Größte Rotz Also, der Teilstimmung Du musst immer Hä? Muss mal heißen Achtung Nicht blöd Ja, du musst, der Teilstimmung muss immer beim Internet verbunsen Und das find ich einfach Scheiße Wie man ja schon bei der Xbox 360 Da muss man ja Acht für, ähm Wer heißt's? Och, komm, sag ich schon, ähm Muss man ja Acht für Multiplayer bezahlen Ich glaube, das kostet 40 Euro im Monat Wenn ich mich jetzt nicht irre Wenn ich jetzt wirklich nicht ganz blöd bin Und, ähm, ja Ja Ich find's Einfach scheiße Gut Davor machte die, die, die Playstation 4, die macht's gut Die mache, ja, ähm Die machen's wohl wahrscheinlich Was ich mal eigentlich schon mal denke Dass die Nummer, ähm Ich finde Eigentlich sollte ich's nicht wegwerfen, weil man es eh braucht später aber egal Macht's vielleicht schon mal Macht's vielleicht noch Warum Ja, ähm Ja, ähm So, die Playstation 4, die macht's, find's einfach besser Einfach schön Ohne Online-Zwang Hier in der Playstation 3, ach schon, free to play, Multiplayer Dass man nichts bezahlen muss, wie bei der Xbox Ja, ich find's einfach besser Ja, ich find's einfach besser Ja, ich find's einfach besser Ich hab mir nachher auch noch ein bisschen, äh, so Was durchgelässt, so davon Und so wie ich das jetzt alles gelässt haben Oh Ähm Scheiße Wie ich mir das jetzt alles gelässt hat, ähm Muss ich ehrlich sagen Ich würd mal lieber die Playstation 4 Kaufe Die soll ja auch nur 399 Ja, 399 soll die, glaub ich, nur kosten Und die Xbox One soll 499 kosten Ja, der Preis ist mir eigentlich scheißegal Aber von Von Gerät her und Äh Alter Äh Wie heißt's Soll ich fahre? Ähm Puh Also von der Der Preis ist mir jetzt eigentlich scheißegal Ich schätze nur, dass bei der Playstation Ach Quatsch, bei der Xbox One Dass man sich da nochmal den Multiplayer kaufen muss Also bezahlen muss So wie bei der 360er Momentan Dann schätze ich nur einfach, dass das Ach, nur mal so 40 Euro kostet Im Jahr Ist mir Eigentlich Zu teuer Ja Der einzige Grund wäre eigentlich noch, warum ich mal den Xbox One kaufen sollte Gut Ich klär, ich weiß nicht mehr genau, ob es jetzt da war Ähm, das mal Ähm Du verschwinscht hier Du verschwinscht Du verschwinscht Ähm Und ja Sonst würde ich mal, wie ich mal das alles durchgelästern Würde ich mir lieber die Playstation 4 hole Ähm Fully Station Xbox Äh 360 An Scheiße, scheiße, scheiße Ja Ja Ich würde mir wirklich lieber eine Playstation 4 hole, wie ich das jetzt alles geläst habe Dann Fände ich einfach zehn Besser Ja Gut Das ist mein Fazit Xbox hat's Sch- Na gut, einen Grund wusste ich noch, warum ich mal die, die Xbox hole sollte Dem Controller, weil der einfach Perfekt ist Ja Aber, ja Das ist mein Fazit Xbox, die Hand jetzt Also, beziehungsweise Microsoft Die Xbox ist ja von Microsoft Ich finde die Hands Scheiße gemacht Fertig Ich bin jetzt für die Playstation 4 So wie ich das Also Jetzt zum Vergleich Die Ja Fuck Brauche ich gar nicht eine Schlapse baue Alter, wer für Schwefel ist es dann hier? Cool Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Ach, viel zu hell bei mir Von außerhalb vom Fenster, Mann Das ist nämlich immer noch die irgendeinhalb Aufnahme Also Ich habe jetzt direkt hintereinander nochmal aufgenommen Die Leute folgen hier Ich habe mich einfach Bock auf die Biest momentan haben Töte Weg muss, töte Alter Alter Verschwind Verschwind Was ist das? Ja Hö troisième Wir wollen das Das ist glaube ich jetzt ein Fehler, dass ich jetzt ohne Sache doch runter gehe. Das fängt glaube ich schon mal an wie die Folge 2 oder 3. Ich hoffe jetzt mal, dass mir jetzt Sachen in die Lava sind. Nein! Oh nein nein, nein nein nein, nein 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 nein! Fcksack, stock, stock, stock! Klack, 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 klack! Alter... Ach, alter... Toll, frei dich und pack da Eis! Halt... Halt... Gut, abgeblockt. Alter, ich will nicht so lange warten! Und, äh... Soll ich Dienstbau noch meine Sache noch? Fuck, ich weiß nicht mehr, mein... Fick dich... Das ist jetzt ein Fehler, den ich jetzt hier gleich mache. Oh Gott, ich habe mein Backpack noch... Ich habe mein Wettstau... Oh, ich habe mein Wettstau... Weil ich glaube, dass bisschen was verbrannt... Aber ich... Halt's jetzt jetzt, weil ich zu viel geschreit habe. Und das ist definitiv was weg, weil... Ich habe zwei, als ich bezacke. Jetzt sei denn, hier am Loch ist noch was. Mal was auch noch ist. Oh, du klickst an die Stadtgehol. Wo ich hier bin? Na ja, ich weiß nicht, was man das braucht. Woh... 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 Knopf, knopf, knopf. Woh... Woh... Ja, ich hatte vorhin noch Eisschwert gerade... Schweckes. Das brauch ich nicht. Schaltz. Soll ich mal zu ihm gehen, oder? Oh, ich geh'n Hof. Schreib'n. Oh, Redstone, Redstone! Ja, schönes Witz da. So, wie komm' ich jetzt noch mal hoch? Scheiße. Oh, hin da ist er. Ja. Mein eigentlicher Marble. Oh, ich werde so bisschen was mitfällt. Auch egal. Welte bewegen, das fehlt mir. Hier ist so viel Zeug, ey. Oh, der wurde geschoben. Oh, cool. Oh, die Folge gerade schon noch mal über Länge. Ja, da werde ich eigentlich schon mal klatschern. Werf' jetzt zugekommen, bis halt nicht.